Was ist euch heilig? Ja, das ist irgendwie erstmal eine ziemlich schwere Frage, weil man muss halt irgendeinen Unterschied machen, was einem wirklich Spaß macht und was einem gefällt und so, aber halt auch, was einem heilig ist. Also das ist für mich jetzt schon ein Unterschied, aber was ziemlich wichtig für uns ist, das ist sicher die Familie und die Freunde und dass man viel Kontakt mit Freunden hat und oder auch Sport und so, also es ist auf jeden Fall auch noch ein wichtiger Teil, bei mir zumindest. Was machst du denn für Sport? Also ich mache Leistungsturnen und Volleyball. Ich bin ein leichtathletiger und ja, Turnen habe ich auch mal gemacht. Genau, also so Harnstein und so Zeug. Ja, und was uns heilig ist, also eigentlich ist es bei mir nur Gott. Ja, Gott ist eine wichtige Rolle in unserem Leben. Wir haben das auch von unseren Familien so gelernt. Und wo kommt ihr her? Also ich aus der Nähe von Regensburg und ich aus Abensberg, das ist Richtung Ingolstadt. Genau. Ja. Vielen Dank. Wir haben. Untertitelung des ZDF, 2020